In meinem Leben habe ich schon viele Methoden kennengelernt, wie man die Kasse füllen kann. Aber selten musste ich vor einem System derart anerkennend den Hut ziehen wie vor dem, dass ich Ihnen jetzt ans Herz lege. Es geht um Public Domain. Denn wenn Sie ein geistiges Werk nutzen, das sich im Public Domain-Status befindet, dann verdienen Sie quasi mit dem Fleiß toter Leute so richtig viel Geld. Und ich muss sagen, es gibt deutlich unangenehmere Methoden, wie man die notwendigen Flocken zusammenbekommt, um seine Rechnungen zu bezahlen und überdies ein sehr angenehmes Leben führen kann. Wäre die Geldquelle namens Public Domain auch was für Sie? Dann lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber Public Domain. Sie werden staunen, wie genial dieses System funktioniert. Es ist gewissermaßen das Tischlein decklich des Internetzeitalters. Weitere Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsunline.de. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher